Hallo, in diesem Video zeige ich euch ein Hausmittel gegen fettige Haut und dafür benötigt ihr saure Sahne, ganz normale Milch, einen halben sauren Apfel, eine kleine Schale, einen Teelöffel und ein scharfes Messer. Im ersten Schritt nehmt ihr euren halben Apfel und schneidet einmal in der Mitte den Strunk und die Kerne raus. Dafür viertelt ihr ihn am besten. Und dann könnt ihr das ganz einfach entfernen. So, jetzt müsst ihr ihn noch schälen. Und wenn ihr das auch gemacht habt, dann nehmt ihr einfach das Messer und reibt es an eurem Apfel so entlang. Und das macht ihr einfach, bis der ganze Apfel fertig gerieben ist. So, wenn ihr damit fertig seid, sieht euer geriebener Apfel dann etwa so aus. Und hierzu gebt ihr jetzt zwei Teelöffel von der sauren Sahne. Und verrührt das ganz gut. Und weil die Masse jetzt noch relativ dick, flüssig ist, gebt ihr jetzt einfach nach Gefühl einen Schluck eurer Milch hinzu. Und wieder gut verrühren. So, dann seid ihr eigentlich auch schon fertig. Jetzt könnt ihr die Masse auftragen. Ich zeige euch das mal an meinem Arm. Am besten nehmt ihr einfach einen Teelöffel der Masse raus. Verteilt es auf der Haustelle, die ihr behandeln möchtet. Und jetzt reibt ihr es vorsichtig ein. So, verteilt die Apfelstücke gut auf der Haut. Und jetzt lasst ihr das 5-10 Minuten einwirken. Danach könnt ihr es einfach mit lauwarmen Wasser abspülen. Und wenn ihr das regelmäßig anwendet, das heißt 2-3 Mal in der Woche, dann werdet ihr sehen, dass die Fettproduktion eurer Haut sehr stark abnimmt. Und ich hoffe, ich konnte euch helfen.